Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab Dezember 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf-Wersten. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 62 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 950 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020